Hallo, liebe Deutschlernende! Heute werde ich euch ein Wort vorstellen, das ein sehr interessantes Wort ist und das auch inspirierend sein kann. Dieses Wort ist Querdenker. Wenn etwas gerade ist, angenommen so ist gerade und Quer ist die andere Richtung. Quer ist nicht gerade. Quer heißt nicht ganz richtig. Ich kann zum Beispiel ein Feld umgehen. Hier ist ein Feld. Hier ist eine Wiese. Und ich kann hier vorbeigehen. Ich kann hier lang gehen und dann nach rechts, aber ich kann auch quer durch. Ich kann auch einfach sagen, okay, ich gehe hier einfach durch die Wiese in das Feld rein und dann gehe ich quer. Ich gehe quer durch das Feld. Ich gehe nicht gerade drum herum, sondern ich gehe quer durch. Und was ist ein Querdenker? Ein Querdenker ist jemand, der anders denkt als andere. Ein Querdenker ist jemand, der unkonventionell denkt. Jemand, der andere Lösungen zu Problemen findet, die andere nicht finden würden. Ein Querdenker ist jemand, der vielleicht auch ein bisschen seltsam ist, der anders denkt. Und ich denke, es ist gut, ein Querdenker zu sein. Im gewissen Sinne bin ich ein Querdenker als Deutschlehrer, weil ich dir Deutsch auf eine andere Art und Weise beibringe als andere. Andere Leute würden dir ganz viel Grammatik beibringen und dich zwingen, ganz viele Regeln auswendig zu lernen. Aber ich bin ein Querdenker und basierend auf moderner Sprachforschung bringe ich dir Deutsch mit der natürlichen Methode bei. Ich bringe dir Deutsch bei, indem ich mit dir rede und dann lernst du dadurch Deutsch. Du lernst Deutsch, indem du das hörst, was ich sage. Und damit bin ich ein bisschen ein Querdenker. Und ich möchte, dass du auch ein kleines bisschen Querdenker wirst. Werde ein Querdenker und denke ein bisschen anders als die anderen Menschen. Sei ein Individuum und folge nicht den Massen. Sei ein Querdenker, sei eine eigene Persönlichkeit. Sei ein Individuum, sei ein Querdenker. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ich hoffe, dieses Video war inspirierend und wir sehen uns morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Tschüss!